Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12944 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Flohmarkt ist ein Ort der Überraschungen, denn man weiß nie, was man findet. Der Flohmarkt ist ein Ort der Überraschungen, denn man weiß nie, was man findet. Der Erfolg eines Künstlers hängt von der Anerkennung seiner Arbeit durch das Publikum ab. Der Erfolg eines Künstlers hängt von der Anerkennung seiner Arbeit durch das Publikum ab. Die Kinder diskutieren begeistert über ihre Lieblingsmärchen und Geschichten. Die Kinder diskutieren begeistert über ihre Lieblingsmärchen und Geschichten. Ich brauche die Lupe, um genau zu sehen, worum es geht. Die Kiste ist zu schwer für dich. Ich helfe dir beim Tragen. Dank des alten Plattenspielers kann ich heute noch Schallplatten hören. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.